Hey und willkommen in dem Spa-Salon von Dori H.S.M.R. Ich habe heute ein ganz besonderes Verfüllprogramm für dich ausgesucht. Und zwar starten wir, damit deine Haut ein bisschen zu reinigen, überschüssige Hautöle zu entfernen und einfach ein bisschen zu streichen. Danach geht es weiter mit einer sanften Kopfmassage und ein bisschen Kopfkraulen und Haarebürsten. Gefolgt von einer Nackenmassage, Nacken- und Schultermassage, inklusive Beelink. Und zum Schluss probieren wir zusammen noch eine Padebombe aus. Wie hört sich das an für dich? Okay, wollen wir dann starten? Super, dann setz dich doch bitte vor mir hin und ich komme gleich zu dir, okay? Gut. Also, als erstes benutze ich ein ganz, ganz weiches Wattepad für deine Haut. Wir wollen die Haut nicht reizen, das ist ganz wichtig. Dann nehme ich mein Rosenwasser. Sprühe dir ein bisschen was davon auf dem Bett und topfe damit dein Gesicht und entferne somit den Schmutz, der sich tagsüber auf die Haut ablagert und mache dein Gesicht schön sauber. Wir arbeiten das Gesichtswasser ein bisschen in die Haut ein und ich massiere noch deine Schläfen. Okay, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der Kopfmassage. Wie schon gesagt, mach sie hier vor mir bequem. Und ich fange sofort an. Also, ich fange damit an, dein Haar einfach ein bisschen gerade zu streicheln beziehungsweise gerade zu kämmen mit meinen Fingern. Also, ich fange damit an. Also, ich fange damit an. Also, ich fange damit an. Ich kann dir empfehlen, dass du, wenn du dir die Haare wischst, immer eine Spülung benutzt und zum Schluss am besten noch ein Haaröl in die Spitzen verteilst, damit deine Haarspitzen nicht austrocknen. Vor allem im Sommer ist es ganz wichtig, da unser Haar von der Sonne sehr geschädigt wird. Und jetzt müssen wir noch mehr darauf achten, dass es dem gut geht. Ich hoffe, das ist so für dich angenehm. Das ist nicht schlimm, wenn du dabei einschläfst. Das ist nicht schlimm, wenn du dabei einschläfst. Du kannst gerne deine Augen zumachen. Ich wecke dich dann wieder auf, wenn wir die Badebombe zusammen ausprobieren. Da darfst du dir noch eine aussuchen. Ich habe zwei zur Auswahl. Wie war denn heute so dein Tag? Hast du was Schönes unternommen? Dann nehme ich meine Haarbürste. Das ist hier so eine. Die finde ich ganz praktisch. Ich bürste damit ganz vorsichtig deine Haare durch. Und bei den Spitzen anfangen. So, ich muss sagen, du hast ein paar Knoten. Das liegt vielleicht daran, weil du deine Haare von oben nach unten bürstest. Das sage ich auch immer wieder meinen Kunden. Das soll am besten von unten nach oben bürsten. Also sich von unten nach oben entlang arbeiten. Weil so entstehen keine Knoten im Haar. Also sich von unten nach oben auf, wenn du deine Haare von oben nach 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 oben So, so, so. Ich massiere noch ein bisschen deinen Kopf, bevor wir weitermachen. Okay, also, dann mache ich weiter mit dem Kopf. Beim Hals-, Schulter- und Nackenpeeling bei dir. Wir öffnen dann einmal diese wunderschöne magische Box. Von hinten sieht sie so aus. Passt zum Hintergrund. Und die kennst du vielleicht auch schon. Also, da habe ich drinnen drei Produkte. Wir werden heute das zweite Produkt und das dritte benutzen. Ich nehme das mal aus. So, das hier ist ein Rice Scrub. Rice Scrub, Rice Scrub von Rituals. The Ritual of Sakura. Und auch noch dieses, diesen Handschuh meine ich, der ist ganz, ganz gut, um deine Haut damit zu peelen. Und abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Dann nehme ich mal das Rice Scrub. Gebe mir das auf den Handschuh. So, ich zeige dir das mal. So ein bisschen verteile das und damit massiere ich deinen Nacken. Nacken und Schultern und Hals. Deine Haut wird wahrscheinlich ein bisschen rot werden. Das ist nicht schlimm. Wir cremen sie gleich wieder ein. So. Ich wechsle nochmal die Hand. Und wie fühlt sich das für dich an? So. 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 massiere ich das in deinen Hals, Dekolleté, Nacken und Schulterbereich ein. Deine Haut fühlt sich wieder zart und geschmeidig an. So, sehr sehr schön. Okay. Noch ein bisschen Masian. Gut, dann würde ich sagen, ich hole einmal die Badebomben. Ich zeig dir die beiden, die ich zur Auswahl habe und du darfst dir eine aussuchen. So, das hier sind die zwei Badebomben. Ich zeig sie dir noch einmal, diese hier. Die sind beide von Lush. Und die heißt Avopath Badbomb. Und die sieht so aus. Also, das hier ist die eine Badebombe. Die ist, ja, so mintgrün und riecht auch richtig, richtig tolle. Ich kann nicht beschreiben, nach was die riecht. Aber sie riecht auf jeden Fall gut. Ich guck mal, was hier drauf steht. Da steht eigentlich nur Avopath. Also wahrscheinlich ist das vielleicht ein Wortspiel für Avocado. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil nach Avocado riecht das ja nicht. So. Das ist die eine Auswahl. Und dann habe ich noch eine für dich rausgesucht. Und sie heißt Groovy Kind of Love. Groovy Kind of Love. Die sieht so aus. Das ist so eine bunte, bunte Badebombe. Und sie riecht nicht so stark, finde ich. Dennoch riecht sie richtig gut. Also. Du kannst dich für eine entscheiden. Und wir werden diese dann gemeinsam ausprobieren. Ja. Welche gefällt dir denn mehr? Die hier? Ja, mir auch. Okay, dann werden wir diese gemeinsam ausprobieren. Ja. Okay, bis gleich. Okay, ich habe hier. Eine Schüssel mit Wasser. Und da werde ich jetzt die Kugel reintun. Ich bin mal gespannt. Krass. Krass. Die löst sich ja direkt auf fast. Krass. Krass. Okay. 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 Also, ich finde diese Badebümel richtig krass. Von den Farben auch. Okay. Ich muss mich entschuldigen, falls es draußen ein bisschen lauter ist. Ich sollte ein wenig sagen, wenn mit der Badebücher lasst. Ich muss die Badebücher gehen also. Natürlich noch nicht sagen, dass glor conten jeweils sind. Und nun bin ich aus der Badebücher, nicht auf der Badebücher die Aus Zombневohne an. Ich lege die Badebücher auf. O Lynn, und mechanismenником dann Olin Hofer! Und jetzt passiert ab. Wie geht es? Ich habe es sehr gut gemacht. Ich habe mich auf die Karte gelegt, aber ich habe mich auf die Karte gelegt. Das war's für heute.